Es geht weiter, wir nehmen wieder auf und zwar eine neue Folge für unseren Dorfwettbewerb, den wir in Minecraft machen. Und wie ihr seht, Hund geht es immer noch nicht besser. Sag was? Ja, ihm geht es nicht besser. Und wir wissen leider immer noch nicht wieso. Solltet ihr unter dem letzten Video eine Antwort gepostet haben, dann werde ich es erst später lesen. Denn diese Aufnahme ist quasi noch am gleichen Tag wie die Aufnahme das letzte Mal. So, wir müssen hier ein bisschen noch was erledigen. Wir müssen noch ein bisschen bauen. Und dazu habe ich mir jetzt hier so ein kleines Maschinchen gebaut, das mir ermöglicht, Steine zu bekommen, ohne dass ich Steine farmen gehen muss, weil die ja automatisch erstellt werden. Mit einem Pisten wäre das natürlich alles ein bisschen besser, weil man die Steine dann so wegschieben könnte und sie nicht automatisch in die Lava fallen, von Zeit zu Zeit. Aber da wir hier keine Pisten haben, auch noch keinen Redstone gefunden haben, müssen wir uns jetzt erstmal hiermit zufrieden geben. Und auch damit, dass öfter mal Stein in die Lava fällt. Aber dafür müssen wir unser Dorf jetzt nicht mehr verlassen, um Stein zu sammeln. Hat ja auch was. Und deswegen habe ich das auch gebaut, damit ich einfach mal hinters Haus gehen kann, um Stein zu bekommen. Auch wenn mir hier relativ viel in die Lava läuft, aber naja gut, kann ich mit leben. Tja, was unser Hund hat, das wäre ja schön, wenn wir das wissen könnten, erfahren könnten. Ich kenne das Knurren normalerweise nur, wenn man Wölfe angreift. Aber ich habe ja meinen Hund nicht angegriffen. Er hat einfach angefangen zu knurren. So, der war weg. Er hat ja gesagt, dass ich als nächstes die Lichtanlage bauen möchte. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich doch lieber die Villa anfangen möchte. Weil das für mich jetzt gerade im Moment irgendwie ein bisschen interessanter ist. Und ich der Meinung bin, dass es am besten ist, wenn ich erstmal die ganzen Gebäude fertig baue. Bevor ich mich hier jetzt mit der Planung für Lampen beschäftige. Und deswegen bauen wir jetzt erstmal unsere Villa. Und wenn wir etwas dafür brauchen, dann ist es Stein. Vielleicht soll ich mich einfach hier unten hinsch... Ne, das bringt nichts. Dann ertrinke ich einfach. Na, hier werde ich nicht mit... Okay. Hat sich erledigt. So. Bisschen Steine hauen. Muss ja auch mal sein. Schauen. Jetzt haben wir 35, das ist okay. Und die kommen mit. Bisschen frische Luft tut ihr bestimmt gut. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Als ich die Aufnahme das letzte Mal gestoppt habe, habe ich zumindest schon mal ein Plätzchen gesucht und ein kleines Fundament errichtet. Das zeige ich euch, wo das ist. Und zwar ist das hier oben. Wie ihr seht, hier soll unsere kleine Villa hinkommen. Ich denke, ich werde sie noch ein bisschen größer machen. Allerdings muss ich auch aufpassen, weil hier soll die Bahn lang gehen für unser Dorf. Das heißt, ich darf nicht ganz so ausschweifend bauen. Aber ein bisschen. So. Und... Autsch. Und... Augen zu und... Autsch. Nur noch einen Stein. Das heißt, wir müssen wieder was brennen gehen. Hundi? Komm mit. Ach, was ihr noch nicht gesehen habt. Habe ich auch Ende der letzten Aufnahme gemacht. Oder beziehungsweise nach der letzten Aufnahme. Unsere Hühnerfamilie ist größer geworden. Wie ihr seht. Es sind jetzt mittlerweile drei Stück. Und du läufst nicht raus. Du bleibst da dran. So. Hundi, mitkommen. Hundi, komm her. Wo schaust du denn? Ja, dann macht man sich Sorgen um einen Pixelhund. So. Da hatten wir... ...bereits ein paar fertige. Den Eimer können wir rausnehmen. Da hatten wir nämlich Lava drin. Weil Lava natürlich auch ein idealer... ...Brennstoff ist. Wissen die wenigsten. Also... ...wenn man einmal Lava unten in einen Ofen stellt... ...kann man ihn quasi als Brennmaterial benutzen. So, Wauzi. Wir müssen jetzt zu den Schafen. Und tu mir den Gefallen und lass sie heile. Kommst du mit? Ja, kommst du. Gut. Ich suche... Also ich habe hier... ...ein, zwei Schafe eingefärbt. Und die suche ich jetzt gerade. Da oben ist ein schwarzes. Das läuft auch nicht weg. Aber ich suche ein gelbes. Da müsste ich jetzt mal gucken, wo das hier rumspringt. Es wäre natürlich einfacher, hätte ich das irgendwo mit eingesperrt. Aber ich dachte mir... ...die können hier ja schon nicht abhauen. Ich hoffe, damit hatte ich recht. So, gelbes Schaf. Ich möchte die an die Wolle. Also wenn ihr ein gelbes Schaf seht, dann schreit ihr laut. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Oder es tarnt sich im Getreide. Da hinten ist ein Schaf, aber ist das gelb? Nein, das ist weiß. Das ist auch weiß. Nee, die sind es nicht. Aber wo ist es hin? In der Dorfmitte vielleicht? Hier ist kein gelbes Schaf. Wo ist es denn? Ist es uns tatsächlich abgehauen? Oh, das hat Angst vor unserem Hund. Ich könnte es ihm jetzt nicht verübeln. Vielleicht ist es auch einfach hier weitergewandert. Weil hier haben wir ja noch gar keine Begrenzung. Das heißt, hier ist unser Dorf noch offen. Wäre natürlich ärgerlich. Du bist ein weißes Schaf, aber deine Wolle nehmen wir trotzdem mal mit. Die Händen sind auch Schafe. Das ist aber auch kein gelbes Bei. Hier vielleicht? Nee. Vielleicht sollten wir unseren Hund umbenennen von Wauzi in Killer. Immerhin verhält er sich wie einer. So. Gucken wir hier mal weiter. Da ist es! Du hast dich aber ganz schön weit rausgetraut. Kannst du nicht einfach so abhauen. Jetzt habe ich auch kein Dings bei. Kein Getreide, um es wieder zurückzulocken. Und zurückschieben kann ich es natürlich auch nicht. Zaun habe ich nur drei dabei. Ach ja. Gut, dann müssen wir uns irgendein eingesperrtes Schaf jetzt gleich gelb färben. Das hat wohl beschlossen, nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein zu wollen. Was wir zwar sehr schade finden, aber wir können es ja nicht zwingen. So, die Farbe scheine ich entweder noch drüben zu haben oder ich habe sie schon verbraucht. Also düsen wir mal zurück in unsere Villa. Beziehungsweise in unser Bürgermeisterhaus. Unsere Villa bauen wir ja jetzt erst noch. Und schauen, ob wir hier die Farbe haben. Gelbe Blumen, gelbe Blumen, gelbe Wolle, aber keine Farbe. Das heißt, die Farbe haben wir anscheinend schon aufgebraucht. Was jetzt nicht so schlimm ist. Wir haben genug Blumen, um uns neue Farbe zu machen. Schwuppdiwupp. So viel brauchen wir, glaube ich, aber auch gar nicht. Dann gehen wir jetzt zu den Schafen. Und färben sie ein. Machen wir aber auch nur mit den Weißen. Nein, du gehst jetzt nicht raus. Bleib da. So. Du bist weiß. So, ich hatte noch da. Genau, ich hatte zwei Weiße. Können wir die anderen auch mal mitscheren. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Komm, Hundi. Ab nach Hause. Vielleicht will er ja auch irgendwelche Monster töten und ist nicht ausgelastet. Auf ihn mal vielleicht ein Monsterchen suchen, das er umbringen kann. Vielleicht geht es ihm dann ja besser. Werden sicherlich eins finden. Noch da? Ja. Hier oben haben wir nämlich noch nicht so perfekt ausgeleuchtet. Hier wird sich bestimmt das ein oder andere Monsterchen tummeln. Guck mal da, Hundi. Da ist schon das Erste. Da. Gut gemacht. Den bring besser ich rum. Da wirst du sonst nicht glücklich, Hund. So. Da ist noch Enderman. Skelette. Ne, das ist alles nichts für dich, Hundi. Da tust du dir nur weh. Aber guck mal, hier ist noch ein Zombie. Fein gemacht. Aber glücklich ist er trotzdem nicht. Also mich macht Zombies Hacken immer glücklich. Naja. Düsen wir jetzt erstmal ins Haus. Weil dadurch, dass wir jetzt hier zu einer total unchristlichen Zeit aufnehmen, ist der Server leer. Dann können wir ins Haus gehen und schlafen. Hundi? Ach, du bist schon da. Schön. Vielleicht kommt er ja hier oben hinterher. Abendbrot. Und gute Nacht. Und? Nein. Es hat leider auch nichts gebracht. Schade. Ja gut, dann lassen wir ihn erstmal da oben sitzen. Ah, er bleibt da sitzen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was mit ihm los sein könnte. Wie man ihm helfen könnte. Wäre ganz schön. Wollen ja, dass es dem Hundi wieder gut geht. So, ihr gelben Schafe. Futtert mal was. Ich möchte euch die Wolle abschneiden. Einmal bitte nur die gelben Schafe essen. Da. Schnüpp. Ja, da zwingerst du mich an. Hallo. Essen, essen, essen. Ah, jetzt macht's schon. Ich brauch eure Wolle. Schierrecht zwischendurch, die Rosan. Vielleicht mögen sie es nur im Kollektiv zu essen. So, da ist noch ein Rotes. Rosanes. Na, ihr gelben? Ihr dürft. Na, ich hab grad kein Knochen dabei, um euch hier eine schöne Wiese hinzumachen. Mach ich beim nächsten Mal. Gut, dann müssen wir das jetzt erstmal ohne viel gelbe Wolle machen. Aber ich hab ja hier auch noch Stein, den ich benutzen kann. Autschi. Autschi. So. Erde. Ein Block. Mensch, da hab ich ja richtig... Bin ja richtig gut vorbereitet. Gut. Dann halt nur einen Block. Hm, ganz so weit kann ich hier ja nicht. Also, geh ich nicht ganz so weit. Das muss reichen. Und dann noch eine Stelze drunter. Wie macht man Cobblestone? So. So, ich wollte eine Stelze da drunter haben. Okay. So hätte ich das. Aber das ist natürlich noch nicht so wirklich willeartig. Es muss meiner Meinung nach noch etwas größer werden. Indem ich mir die Klötze einfach mal vor's Gesicht haue. Ja, ja, ja. Ja. Ich baue ja wirklich gerne, aber es wäre manchmal schöner, wenn ich es besser könnte. Aber wir sind ja alle nicht perfekt. Nicht wahr? So. Reicht das, wenn ich jetzt da... Ja. Und eine Stütze drunter. Da muss hier noch eine Stütze drunter. Perfekt. So wollte ich das. Was sagt die Grundfläche? Ja, es wird schon ein bisschen besser. Und dann mache ich das. Vielen Dank.